haben sie das in den nachrichten gesehen wo der putin da oben ohne durch die taigra geritten ist und gesagt hat das ist der russenstahl der rest europas kann kommen ich habe mir gesagt aber es wird von den deutschen keiner kommen weil ich kann mir nicht vorstellen dass ihm die merkel oben ohne durch die uckermark entgegen reitet auf dem gabriel